also noch mal der sechste siebte versuch nach der kamera zurücksetzung ja schön dass du da bist schön dass du hier bist und schön dass du hier bist und dir dieses kleine kurze video anschaust und jetzt kommt ein flieger schön dass du da bist und dich für die moon interessiert schön dass du da bist und ich für die moon interessiert schön dass du hier bist und ich für die moon interessiert ok noch mal von vorne schön dass du hier bist und ich für die moon interessiert und Und vielleicht sehen wir uns ja auch bei der nächsten Mond-Session. Ich habe gerade überlegt, ob ich Vollmond oder Neumon zerrissen. Oh, stopp, das ist viel zu lang. Und ich möchte dich hier... Was? Und das ist natürlich nur ja eine... Wie sagen wir denn da? Oh mein Gott, jetzt habe ich das Wort vergessen. Mist. Inspiration, Impuls? Ne, das hat man da nicht so. Ich habe es gerade vergessen.